Hallo zusammen! Welche Kamera ist die beste Kamera, um Menschen zu fotografieren? Darum soll es heute gehen. Wir haben gerade das Zielfotomagazin Menschen fotografieren fertiggestellt und da sind jetzt halt eben viele Menschenfotos drin natürlich. Auch viele Gastbeiträge, also nicht nur Fotos von mir. Und da ist alles dabei. Da ist eine Leica dabei, da ist eine Nikon dabei, eine Canon, eine Sony, eine Olympus, Micro 4 Surts, Vollformat, APS-C. Das Cover ist mit der Fuji X-T3, also eine alte APS-C-Kamera von Fuji und so weiter. Also wirklich alles dabei. Das heißt, die kurze Antwort ist, Kamera ist egal. Tschüss, das war's. Und die lange Antwort ist natürlich ein bisschen komplizierter, darum soll es heute gehen. Weil es ist ja immer so ein bisschen die Frage, oder? Also ich habe mir die schon oft gestellt im Leben. Würde ich nicht bessere Fotos machen, wenn ich eine bessere Kamera hätte? Ja, nein, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Je nachdem, wie alt deine Kamera ist. Aber auch, wie gut deine Fähigkeiten sind. Weil es kommen sofort die Kommentare, ja, aber die Leibovitz kann mit jeder Kamera gute Fotos machen. Ja, aber die Leibovitz hat trotzdem eine moderne Kamera. Und zwar eine der Top-Kameras. Verschiedene, aber je nachdem, die probiert auch gerne mal verschiedene Kameras aus. Aber jedenfalls hat die auch immer High-End, ne? Und hat einen Grund, weil es ihr das Leben einfacher macht. Und dir und mir natürlich auch. Nichtsdestotrotz, gerade bei einer Menschenfotografie geht es ja in erster Linie um Emotionen. Da geht es ja nicht zwingend darum, also wenn du dir manche ältere Fotos anguckst, auch von berühmten Fotografen halt, so die Peter Lindbergh zum Beispiel, fallen mir sofort drei, vier, fünf Bilder ein, die sind gar nicht richtig fokussiert. Und die sind auch bewegungsunscharf. Aber sie sind trotzdem stark. Und teilweise sogar deswegen. Weil Menschenfotografie, Andreas Jorns zum Beispiel, ist dabei mit dem Gastbeitrag. Und der fotografiert auch schon mal, zeigt auch schon mal Bilder und postet, druckt auch schon mal Bilder in seinen Büchern, die bewegungsunscharf sind oder wo der Fokus gar nicht so richtig sitzt. Und da guckt man aber nicht an und sagt, oh, doofes Foto, weil der Fokus sitzt nicht, sondern, oh. Und als Fotograf denke ich sofort, warum wirkt das, obwohl der Fokus nicht ist? Und als Nicht-Fotograf merkt man das gar nicht, sondern sagt, oh, tolles Bild. Also es ist gar nicht zwingend wichtig, aber weil wir Fotografen sind, wollen wir natürlich trotzdem möglichst, dass der Fokus immer sitzt und dass möglichst wenig ISO-rauschend ist und so weiter. Das wollen wir natürlich schon haben. Und das ist natürlich was, was neue Kameras besser können. Aber neu heißt nicht zwingend 5000 Euro, Canon R5, Nikon Z9 und so weiter, sondern das kann auch heißen eine Sony A6400. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Ja, das war für mich so die Kamera, wo ich gesagt habe, das ist das erste Mal eine Kamera unter 1000 Euro, wo der Autofokus so gut ist, besser ist egal, für den Privatgebrauch auf jeden Fall. Und für Leute, die etwas fotografieren, das still hält. Also wenn du deine Freundin fotografierst und sie weiß, dass du sie fotografierst, dann hält sie also halbwegs still und dann sitzt der Fokus einfach immer. Dann sitzt der einfach immer. Also immer im Sinne von 98 von 100. Und um auf 99 von 100 zu kommen, musst du gleich ein paar tausend Euro bezahlen. Und das ist für den Privatbereich einfach natürlich völliger Humbug. Schwieriger ist es dann in Situationen, wo das Model nicht unbedingt still hält. Sportfotografie, Sportaction zum Beispiel, da ist natürlich so, da ist bessere Autofokus besser. Oder Tierfotografie, Autofokus ist besser. Kleine Kinder im Wohnzimmer bei wenig Licht, bessere Autofokus ist besser. Ja, das ist natürlich so. Das Besondere ist aber mit dem Augenerkennung. Ich sehe jetzt hier, der Augenfokus ist gerade auf dem Auge. Das konnte ich mit Erkennen 6D damals nicht zum Beispiel. Also keine Gesichtserkennung. Klar ist das Leben jetzt einfacher. Ich kann anders mit dem Model interagieren. Ich kann die Kamera auf ein Stativ stellen, das Model grob in den Bildausschnitt stellen und dann kann ich an der Kamera vorbeireden mit dem Model. Das ist ein Riesenthema. Das wirst du kennen, wenn du deinen Freund, deine Freundin fotografierst und die mag das nicht. Oder gerade so im Freundeskreis, die Leute werden nicht gerne fotografiert. Dann fühlen die sich unwohl. Wenn du jetzt mit dem 85mm 1-2 kommst, Riesenobjektiv, Riesenlinse, das du da vor das Gesicht hältst, dann wird jeder nervös. Ich habe weit über 1000 Videos gemacht. Ich bin das gewohnt, mehrfach die Woche vor der Kamera zu sitzen und in das Objektiv zu schauen. Sobald ich Rekord drücke, werde ich nervös. Das ist einfach so. Aber wenn jetzt hier jemand stehen würde und ich würde mit der Person reden, deswegen sind so Interviews ganz, ganz häufig so gedreht, man redet nicht mit der Kamera, sondern man redet mit jemandem an der Kamera vorbei. Das ist viel entspannter für mich vor der Kamera. Und genau sowas kann ich im Grunde heute mit Fotoapparaten auch machen. Kamera auf Stativ, an der Kamera vorbei mit der Person reden, einfach in die Nähe, damit die Person zur Kamera guckt. Aber du kannst halt anders interagieren mit Erwachsenen und mit Kindern sowieso. Und ich weiß, der Autofokus sitzt halt. Ich muss nicht durch den Sucher gucken. Ich weiß, der sitzt und macht das dem anders, also angenehmer, einfacher. Dann natürlich, also nicht nur Autofokus, sondern natürlich auch Auflösung. So, in dem Magazin sind mehrere Fotos, die ich mit der Canon 6D gemacht habe. Uralte Kamera, 20 Megapixel. Das siehst du nicht. Also erstmal wäre es egal, weil es emotionale Fotos sind. Gerade Familienfotos, die ich zeige, sind emotional. Das spielt keine Rolle. Aber du siehst es tatsächlich auch nicht, weil es nicht groß genug ist. Aber das sind halt auch Fotos, die ich entsprechend ausgewählt habe, wo ich halt eben nicht stark zugeschnitten habe. Weil wenn ich für 20 Megapixel dann irgendwie noch gerade im Horizont gerade machen und dann auch noch so Querformat, Hochformat machen, dann hast du nachher noch 10 Megapixel und dann ist es doch ein bisschen wenig. Und dann ISO-Rauschen. In der Menschenfotografie auch meistens egal. Das ist hier ein bisschen anders. Chris Kauler, Tiere fotografieren. Das Besondere hier ist halt, dass es auch so ein bisschen über Jahre Fotos entstanden sind vom Chris. Das heißt, alte Kameras, neue Kameras. Und teilweise sieht man das tatsächlich, weil die neuen Kameras viel weniger ISO-Rauschen haben zum Beispiel. Weil Tiere fotografieren heißt ja immer, kurze Verschlusszeit bei wenig Licht gleich hohes ISO-Rauschen. Und ob es eine Canon R5 ist oder eine alte Canon 5D irgendwas, das sieht man dann natürlich schon. Also deutlich. Und natürlich auch der Autofokus viel besser und so weiter. Also ich rede hier so ein bisschen lang rum. Wo sind wir denn so? Ja, zu lange. Ich rede hier so ein bisschen drum rum. Ja, natürlich merkt man eine bessere Kamera im Sinne von, es macht dir mehr Spaß. Und das, finde ich, ist der wichtigste Faktor. Weil wenn du ein gutes Werkzeug hast und die Arbeit damit mehr Spaß macht, dann benutzt es auch mehr. Dann fotografierst du mehr. Dadurch willst du besser. Deine Fähigkeiten steigen. Die Kamera ist besser. Und deine Fähigkeiten werden besser. Na klar machst du bessere Fotos. Aber eigentlich nicht, weil die Kamera besser ist, sondern weil du mehr fotografierst. Und die Kamera dann besser bedienen kannst. Und sie ist auch noch besser und da kommt alles zusammen. Das ist natürlich schon ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Der Gegenpol dazu ist dann natürlich, aber die beste Kamera nützt mir ja nichts, wenn ich sie nicht mitnehme. Gerade im privaten Bereich willst du das kennen. Man hat die Canon R5 mit einem großen Vollformatobjektiv. Und sie sitzt immer im Schrank, weil man die nicht in den Kinderwagen mitnehmen will. Und dann macht man die Fotos doch mit dem Handy. Also machen wir uns nichts vor. Aber bei uns im Wohnzimmer liegt immer irgendeine Kamera. Je nachdem, was ich gerade teste und so. Liegt immer eine teure Kamera. Aber die meisten privaten Fotos, so für die Familie, für die WhatsApp-Gruppe mit den Schwiegereltern und Eltern, mache ich natürlich mit dem Handy. Und keiner von meinen Eltern und Schwiegereltern sagt, hättest du das nicht mit der Vollformat machen können? Spielt auch gar keine Rolle. Also dann natürlich auch nicht verrückt machen lassen. Damit das jetzt aber nicht nur ein leeres Labervideo ist, was wäre denn jetzt so, stand jetzt April, Ende April 2022, was wäre denn jetzt meine Empfehlung? Meine Nummer 1 Empfehlung ist und bleibt die Sony A6400, weil Preis-Leistung, kannst du ja gar nicht toppen. Dazu eine Sigma-Festbrennweite und gut ist. Sony A7C, die filmt mich jetzt als Vollformat-Kamera, die ist fast genauso klein. Und da habe ich jetzt dran das Sigma 2870 ist es, glaube ich. 2870 Blende 2.8, also lichtstark. Und du siehst ja jetzt selbst, wie es aussieht. Der Hintergrund ist halt nicht doll unscharf. Ich bin auf 35 Millimeter bei Blende 3.2. Ich kann halt den Hintergrund nicht so unscharf machen wie mit einer Festbrennweite. Bin dafür super flexibel. Das Paket ist super klein. Das passt in die Hüfttasche. Das passt in die Tasche vorne beim Kinderwagen. Das passt beim Fahrrad vorne in die Lenkradtasche oder mein Motorrad irgendwo auf eine Tasche oder so, wo wir gut rankommen. Also das ist schon so gerade zum Reisen oder für den Alltag familientauglich. Viel besser geht eigentlich gar nicht, was so Preis-Leistung und Größe und so weiter angeht. Aber das sind beides Kameras, die machen keinen Spaß. Also die nehme ich, weil sie Sinn machen. Ich habe beide. Die nehme ich, weil sie Sinn machen. Benutze sie tatsächlich viel. Aber jedes Mal so ein bisschen, hätte ich doch die Große mitgenommen. Aber ich nehme sie nicht mit, die Große. Nicht immer. Was anderes ist Auftragsfotografie, Profisachen und so. Klar, da nehme ich die Große. Egal. Aber wenn ich einen Sherpa anstellen muss, der mir das schleppt. Aber für den Privatbereich natürlich nicht. Deswegen sind das meine beiden Empfehlungen. Bei Nikon, die haben auch sowohl APS-C als auch Vollformat ziemlich kleine, kompakte Kameras. Und wenn man da ein kleines Objektiv ranmacht, gerade zum Beispiel auch die Objektive von Wildrocks oder Sigma kommt ja inzwischen auch. Auch so ein bisschen Fuji zum Beispiel, Wildrocks. Nein, Wildrocks auch, aber Sigma auch für Fuji inzwischen und so. Also na klar kann man auch die kleinen Fujis nehmen, statt der Sony. Also es muss ja nicht Sony sein. Der Augenautofokus ist halt bei Sony schon nochmal ein anderes Niveau als bei den anderen. Canon ist ein bisschen schwieriger, weil die APS-C ja schon lange sehr vernachlässigen. Sony auch, aber die haben halt besser vorgelegt. Die Vollformat-Kameras, sage ich ja schon öfter, die Canon R5 ist wahrscheinlich aktuell die beste Kamera überhaupt, so als Allrounder. Aber ist halt riesengroß und furchtbar teuer. Und ich habe sie nicht, weil sie riesengroß und teuer ist und die Objektive auch. Aber viele, die ich kenne, haben sie und sind super happy damit, das nicht vergessen. Aber man nimmt sie nicht ständig mit. Deswegen sowas Kleines, Kompaktes macht natürlich schon sehr Sinn. Olympus und so weiter kann man natürlich auch alles nehmen mit einer guten Festbahnweite. Aber wenn du also jetzt völlig unbeleckt bist, A7C beziehungsweise 6400, das Problem ist bei beiden, du kriegst sie wahrscheinlich nicht. Höchstens ist ja auch nicht schlimm gebraucht bei Ebay vielleicht, weil sie einfach im Moment nicht, teilweise nicht mehr hergestellt werden oder zumindest nicht mehr verfügbar sind und so weiter. So das, aber das gilt ja für viele Sachen. So, ich hoffe das war ein bisschen zum Schmunzeln und zum sagen, ja der Wiesen hat ja recht. Und dann als nächstes guckst du sowieso das Video zu irgendeinem teuren Zeugs, das du nicht brauchst, aber gerne hättest, oder? Ist ja auch okay, es darf ja auch einfach Spaß machen. Das wollen wir nicht vergessen. Es darf ja auch Spaß machen. Man darf sicher auch mal was gönnen, weil man einfach mehr Spaß daran hat, wenn man es dann auch viel benutzt. Nicht vergessen. Um das noch schnell abzuschließen. Mein letztes Review, das ich gerade gemacht habe, war Testbericht zu dem Sony 24-70 G-Master Mark II. Also besser geht's nicht. Also keine Ahnung, was die mit dem Mark III machen wollen in fünf Jahren. Besser geht's nicht. Viel kleiner als der Vorgänger, viel leichter. Scharf, Autofokus, also in allen Sachen besser. Aber die Fotos sehen nachher gleich aus. Und es gibt eigentlich keinen Grund, das teurer Petit zu kaufen und nicht zum halben Preis das Sigma oder Tamron, Sigma, Sigma und mehrere. Macht natürlich eigentlich gar keinen Sinn, aber es ist natürlich schon cool zu sagen, ich habe das Beste, was geht. Weil, also ich bin so jemand, ich weiß einige von euch auch, ich kenne euch ja so ein bisschen. Ich habe halt immer das Gefühl, ja, meine Fähigkeiten sind, wie sie sind und die sollen besser werden. Ich arbeite daran, dass ich ein besserer Fotograf werde, aber das dauert natürlich, geht immer langsamer. Und wenn ich mir für Geld bessere Fotos kaufen kann oder das Leben besser mache oder zumindest für mich auf 100% gesumt und ich sehe, ja, mein Foto ist besser. Beziehungsweise umgekehrt, ich zoome dann rein und sehe, ja, Mensch, unscharf und so, verdammt, hätte ich mal das Teure genommen. Dann ärgere ich mich nachher. Und wenn ich das Beste genommen habe, dann weiß ich, man muss mich nachher nicht ärgern, weil es liegt, der Nachteil ist, es liegt dann nicht an der Ausrüstung, es liegt dann wirklich an mir. Aber Schlusswort, ich habe es gesagt, das Entscheidende bei der Menschenfotografie sind immer die Emotionen, die das Foto weckt. Entweder nur in dir oder nur in den Modeln oder nur im Familienkreis oder halt auch bei deinen Zuschauern, wenn du es halt öffentlich teilst, egal. Aber ein Menschenfoto soll immer informieren oder Emotionen wecken, finde ich. Sonst ist es langweilig. Also, die Reportage soll halt informieren in der Regel oder betroffen machen, meinetwegen. Und die privaten Fotos sollen ja vor allem meistens dann irgendwie Urlaubserinnerungen wecken oder halt mein süßes Kind oder meine schöne Freundin oder mein toller Bruder oder was auch immer. Und dann ist die Technik sehr, sehr, sehr sekundär. Und entscheidend wäre, die Emotionen einzufangen. Und die dürfen unscharf sein, die dürfen rauschen und so weiter. Spielt alles keine Rolle. Viel Spaß bei deiner Menschenfotografie. Jetzt muss ich noch Werbung und eigene Sachen machen. Das Magazin erscheint im Juli 2022 vor Verkauf Mitte Mai. Im Juni, Juno machen wir Pause. Also, wenn du es vor dem Sommer haben willst, musst du im Mai zuschlagen oder bis Juli warten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.